Jo meine lieben Freunde ich bin's wieder euer Pikus und wir sind hier zurück bei Sims 4 Wir starten gleich mal hier die Aufnahme beziehungsweise die, den Stück Spiel Anscheinend verstehen die sich nicht so gut obwohl er doch die Tante hier her geholt hat Na ja gut, Soziales muss bei uns steigen das steigt er gerade ganz gut eigentlich das ist ganz schön Beim David, der ist wütend. Verdriesliches Gespräch. Okay, naja gut, das ist jetzt nicht so wild. Wann muss denn der zur Arbeit beginnen? Um 19 Uhr am Mittwoch. Heute ist Mittwoch, irgendwo um 19 Uhr losgehen. Level 3 der Gitarrenfähigkeit, was hatten wir denn da jetzt? Es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Okay, er hat Level 3 geschafft. Sehr gut. Dann ist es ja alles halb so wild. Ähm, da passt es eigentlich auch alles. Dann später nochmal ein kleines Nickerchen halten. Aber. Wütend laufen. Ja gut, lass ihn das jetzt mal machen. So, vielleicht regt er sich da ein bisschen ab. Das wäre eigentlich auch nicht so verkehrt. Und du, Kollege, du kannst dich gleich mal aufräumen ein bisschen. So. So, die anderen zwei sind noch auf Arbeit. Wie ist nochmal hier die Laufbahn momentan? Okay, Kunstbahnprüferin ist sie momentan noch. Ähm, ist aber alles ganz gut gemeldet. Genau, das hatten wir nicht abgeschlossen. Ah, Mann. Ähm, was ist mit dem Jonas? David wollte ich schon sagen. Okay, der hat das hier alles soweit fertig gemacht. Vielleicht mit ein bisschen Glück wird der befördert. Aber. Ähm, noch nicht. Noch nicht. Das kommt aber vielleicht ja noch. Meine Güte, warum streiten die sich denn die ganze Zeit hier so? Hm. Wenn ich das wüsste. Aber wir müssen mal aufs Klo bald. Wir lassen die noch ein bisschen quasseln. Gott, mach die Tante hier die ganze Zeit bei uns im Haus. Die kann doch mal heimgehen. Wäre vielleicht nicht so schlimm. So, dann müssen wir natürlich bald mal die Trends wieder untersuchen hier. Haben wir noch irgendwie ein Video bestanden? Ja, wenn nicht. Okay. Das heißt, jetzt geht die einfach an unseren PC oder was und spielt eine Runde. Das kann ja nicht wahr sein. Na gut, ich glaube, die sind nicht so weit fertig. Was hat sie gerade gesagt? Ne, das war der falsche. Okay. Die ist endlich abgehauen. Endlich haben wir wieder unsere Ruhe. Ist doch gut. Endlich unsere Ruhe. Gut, wir gehen aufs Klo. Ja. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Und da wird es noch ein bisschen am Laufen hier, am wütend Laufen. Aber jetzt kann der hier auch mal duschen gehen. Muss ja bald zur Arbeit hier um 19 Uhr, ne. Der kann dann mal eben duschen gehen. Und dann, blablabla und sowas geht alles. Hunger ist auch noch in Ordnung. Was gibt es denn da noch so normal? Ausgezeichnet. Ein Gericht nehmen. So, und du kannst dann gleich mal hier das hier mal in Welt platzieren. Und dann aufräumen. Ne? Muss ja nicht weiter da rumstehen. Im Kühlschrank. Zack. Aufräumen. Sehr gut. Jetzt nimmt er... Ah, ich wollte schon sagen, wer nimmt das jetzt nicht mit? Was ist da mit? Da sehe ich doch auch noch ein Getränk hier. Aufräumen. Das sehe ich doch auch noch da rumstehen. Das ist ein typischer Platz, wo Jonas immer die Sachen hinstellt. Der Jonas, wenn wir den erwischen. So, und dann gehen wir mal kurz hier nach oben und schauen uns die Trends durch. Nach Updates posten müssen wir natürlich auch noch. Nächste Video-Zeiten. Zack. Das wird alles noch gemacht. Hier ist es wichtig. Wichtig für uns hier als Influencer. Das ist wichtig. Natürlich auch bei diesem Video hier, wenn euch die Videos gefallen von Sims 4, dann gerne ein Däumchen nach oben. Kommentar unten rein. Und abonnieren natürlich sowieso. Und das Glöckchen aktivieren. Ihr kennt es genau. So läuft es bei uns. Bei uns. Ganz normal. So. Der gute David, der isst jetzt noch was. Und dann sollte er noch mal sein Nickerchen halten, ne? Hatte ich gesagt. Nachdem er da fertig ist mit Essen. Swinke. Sarif. Swarpsa. Be seek. So. Trends untersuchen mal bitte. Na, dann mach das mal. Dumm, da dumm. Ja, was sind die Trends? Was sind die Trends von heute? Technik-Review. Schreiben, Beauty-Tipps, genommenen Vlog. Boah, war das laut, ey. Okay. Ich würde sagen, Video aufnehmen. Modellte Produktbewertung ist das so Technik, oder? Technische Spiele rein. Zack. Perfekt. Guck mal hier schon mit dem ganzen Video-Setup. So läuft es bei uns. Eine Kamera hingestellt und dann... Ups. Die Kamera hingestellt und alles passt. So. Miss Picos wurde befördert. Ja, nice. Und das, obwohl sie ihre Hausaufgaben, sag ich mal, nicht beendet hat. Ah, sie wurde befördert. Okay, sie verdient jetzt 3 Simons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 26 Simons pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 464 Simons. Äh, okay, Studie des Simlischen Körpers. Naja. Okay, und sie muss jetzt nicht mehr montags arbeiten, aber dafür samstags. Gut. Und du fühlst dich unwohl? Warum fühlst du dich unwohl? Stinktier-Gestank wegen Näh. So von Stinktier... Okay. Das ist aber nicht so gut, ne? Oh, Davids Casting beginnt bald. Guck mal hier, gehst du jetzt nochmal kurz aufs Klo. Verwenden. Und dann nochmal kurz ein Nickerchen machen. Ich glaub's ja nicht, dass es noch so viel bringt. Aber ein bisschen vielleicht. So, da, Nickerchen machen. Händewaschen. Muss alles gegeben sein, ne? Das ist wichtig. Du, Mrs. Pico ist es von der Arbeit wiedergekommen. Fühlt sich immer noch etwas unwohl. Und muss ein Gemälde anfertigen. Na gut, das sollte sie ja wohl hinbekommen. Und ein bisschen schlafen. Aber da hat sie ja noch Zeit. Es ist ja noch nicht nachts. Oder abends. Wie auch immer. So, bei David klingelt bald schon der Wecker. Ja, ich denke, das wird schon alles in Ordnung gehen. Naja, du brauchst es jetzt nicht säubern. Das ist alles in Ordnung. Darum brauchst du dich nicht kümmern. So, sie isst noch. Das ist alles tibi-tobi. Der Jonas. Muss momentan noch eine Null im Programmieren. Verdient aber damit 47 Simons pro Stunde. Das ist alles gut. Gut, er ist nach Hause gekommen. Hat aber... ähm... leider keine Beförderung bekommen. Und er muss Programmieren üben. So, was fehlt ihm gerade? Spaß fehlt ihm ein bisschen. Und Hygiene. Technik-Video. Ja, cool. Okay, das nennen wir jetzt, ähm... Tablet... So, 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 so. Tablet 2.0, ne? Und das neueste Tablet auf dem Markt. So. Hashtag... Tablet 2.0. Zack. Sehr gut. Und jetzt, bevor er da wieder wegwandert, ne? Wir kennen ihn, ja? So. Zack. Und dann Effekte hinzufügen. Dann wollen wir noch... Videobestand. Zack. Übergänge hinzufügen. Videobestand ansehen. Zack. Hörschen. Video hochladen. Video bearbeiten. So. Muss alles gemacht werden. So, meine Freundin ist ein bisschen am PC. An sich eigentlich nicht schlimm. Da sie ein bisschen mehr Spaß braucht. Aber sie muss dann gleich... weg und was malen für morgen. So. Klassisches Gemälde. Popart... Popart Gemälde machen wir mal da. Und mittelgroßes. So. Mal schauen. Der Jonas, der... braucht auf jeden Fall erstmal ne Dusche. Duschen. Das war schon mal ein guter Anfang. Hm... So, wir sind ja ein Erlebnis. Okay. Alles passt schon mal. Effekt und sowas. Ist alles da. Wo ist denn hier irgendwo ein... Tier, was... Ach, der da? Oh, nee. Ich meine, es ist zwar alles schön und gut und ich kann es auch gut verstehen, wenn man den jetzt adoptieren möchte, aber... Der macht gerade hier alle unglücklich. Das ist nicht so gut. So, nachdem er duschen war... Nachdem er duschen war, kann er mal hier ein bisschen Spiel spielen. So, Spotspaß mit den Bots. Ha. So, ich bin auch noch gut am Arbeiten. Ich mache jetzt gerade noch die Videobearbeitung. Sehr gut. Und füge danach noch die Übergänge hinzu. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Videoqualität letztendlich ist. Und die müssen wir ja richtig gut haben, ne? Sehr wichtig. So. Ne, 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 ne. Hier. Da. Zack. Verkaufen. Du brauchst mit Sicherheit noch mehr Gemälde. So, und du kannst jetzt noch ein großes... Realistisches Gemälde in groß, bitte. Einmal. So. Ich weiß, dass sie gern schlafen möchte, was auch verständlich ist, aber andere Sachen sind jetzt gerade erstmal wichtiger. So, der Jonas muss jetzt erstmal kurz ein bisschen Spaß bekommen, ansonsten ist hier alles durch. Und sobald er ein bisschen Spaß hat, muss der Programmieren üben. Da, programmieren. Ist wichtig. So, ich mache noch die Übergänge. Also ich mache nur Videobearbeiten und danach noch Übergänge. Und dann passt das Ganze, glaube ich, schon ganz gut. Dann muss das Video natürlich noch hochgeladen werden. Aber das passt, glaube ich, jetzt erstmal. So, wir scheinen recht gehabt zu haben. Wenn der Kopf bedeckt ist, zeigst du eine tolle Leistung. David, du spielst die Rolle von Lavandula in Kreaturen aus dem Malvenwald. Okay. Okay, gut. David hat auf jeden Fall den Job. Das ist schön. So, sie malt hier jetzt gerade noch das Bildchen. 75 Prozent, das passt. Und, äh, muss ich natürlich da weiter anstrengen. Ist logisch. Und der Jonas, der ist auf jeden Fall, wie glücklich ist der? Ah, der ist jetzt schon wieder ziemlich glücklich. Ich weiß nicht, ob ich das passt. Dann kann er programmieren. Dann kann er programmieren üben. So, los geht's, Jonas. Los geht's. Programmieren üben. Ist drin. So, Energie hier ist natürlich langsam ein bisschen wenig. Der muss eigentlich mal schlafen. Aber da fahren wir jetzt gerade keine Zeit. Und Hunger, ja, es geht schon. So, ich glaube, sie ist jetzt gerade fertig. Kann das noch eben hier verkaufen. Zack. Und kann jetzt noch eben hier vielleicht was kochen. Abendessen servieren. Spaghetti. So, die gehen immer. Abgeschlossen, das passt alles. Sehr gut. Sie ist also top vorbereitet für den morgigen Tag. Der Jonas, der hat gerade erst bekommen. Er ist jetzt bei 75, äh, 75 ist ja schon, bei 25 Prozent. Video bestanden. Zack. Und jetzt bitte Video hochladen. Ganz, ganz wichtige Sache am Ende. So, das passt eigentlich alles so weit. Ähm, gut. Dann gehen wir jetzt noch eben auf Toilette. Ja gut, das müssen wir auch. Soziales brauchen wir auch. Gut, dass er jetzt nicht nebenbei mit dir pladern möchte. Aber das kann. Dann gehen wir eben auf Toilette. Wenn er das lieber machen möchte. Okay. So, programmieren, üben. Wie weit sind wir da jetzt? Bei 50 Prozent. David hat sich schon mal schlafen gelegt. Gut. Die Tarnfähigkeit muss noch erhöht werden und verspieltes Gefühl erforschen. Versetze dich in eine verspielte Stimmung und führe lustige Interaktionen aus. Eieiei, wie geht denn das? Wie kriege ich denn das hin? Wie bekomme ich es hin, verspielt zu sein? Na ja, du sie können sich die Sims kokett fühlen. Erfrischen. Verleihen. Nachdem du ganz viel... Okay. Vielleicht brauchen wir bald mal eine Badewanne, kann es sein. Ich glaube, wir müssen unser Haus vergrößern. Also Leute, unser Haus wird größer. Erstmal machen wir das nur hier hinten größer. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Boah, ist die Musik laut, ey. Ich hoffe, das geht alles. Ich mache mal kurz ein bisschen leiser. Spieloption Audio. So. Gut, ich glaube, das ist schon besser. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal Wände. Wände, Wände, Wände. Das Badezimmer wird auf jeden Fall ein Stückchen größer. Und zwar kommt jetzt hier dann die Dusche raus. Dann haben wir zwei Badezimmer, wo die mal eben so aufs Klo gehen können. Und hier hinten noch ein großes Badezimmer. So irgendwie so ein bisschen übertrieben an Badezimmern. Aber ich glaube, bei vielen Leuten braucht man sowas. So, das kommt weg. Die Dusche kommt dort rüber. Und dann können wir das so machen. So, dann kommt hier einmal eine Wand hin. Gut, den Spiegel sollten wir natürlich dann auch noch drüber tun. Und wie können wir jetzt eine Wand wegnehmen? Obwohl, wir brauchen ja das. Und dann müssen wir eine Tür reinmachen, ne? Wollen wir das so? Das macht irgendwie keinen Sinn. Wir machen so. Boden, Boden. Wir brauchen einen Boden. Einen Boden. Einen Laminatboden. Da hatten wir, glaube ich, den hier genommen, ne? So, das schaut schon mal richtig aus, auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch eben eine Tür. Was haben wir denn für Türen genommen? Solche Holztüren, okay. Sieht irgendwie komisch aus. Aber naja. Vielleicht sollen wir einfach die Türen dorthin machen, so gegenüber. Ist auch schön mit dem Fenster jetzt im anderen Bad. Sollen wir noch nicht bedachten. Bedenkt, auf jeden Fall. Fenster. Das kommt auf jeden Fall hierher. Obwohl, das kann noch dorthin eigentlich. So, irgendwie. Naja, ist nicht schön, aber ist zweckmäßig. Und hier hinten entsteht jetzt auf jeden Fall das neue Badezimmer. Aber, wie das Badezimmer genau dann aussieht, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, bis dahin, Leute. Haut rein. Und ciao. Ciao. Tschüss.